Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute fangen wir an mit einem statistischen Lernverfahren, nämlich dem Bias Lernen. Und ja, hier müssen wir allerdings annehmen, dass unsere Daten irgendwie gewiss verteilt sind. Das ist so das große Problem, dass wir nicht immer befriedigen können. Aber ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Sagen wir, wir haben, das sieht übrigens nur gerade jetzt so verwaschen aus, es wird besser. Sagen wir, wir haben dieses Koordinatensystem hier, ich mache hier gerade mal so Pfeilspitzen dran. Das eine ist, wie viele Daten gibt es? Also das hier ist die Menge an Daten, Betrag X. Ich weiß, man kann es kaum lesen, aber das ist echt schwer hier so mit der Maus zu schreiben. Ich habe leider kein Grafiktablet. Und das hier ist zum Beispiel jetzt die Größe der Daten. Man muss sich das allerdings, in dem Fall haben wir jetzt wirklich nur ein Merkmal. Man kann sich das aber vorstellen, das sind 100.000 Merkmale und wir sind hier einfach im 100.000 Raum hoch 100.000. Aber das kennt ihr alles schon, das Problem. So, wir nehmen jetzt also einfach da an, dass unsere Daten irgendwie gewiss verteilt sind. Und das sieht dann am Ende so aus. Wir haben hier zum Beispiel das Merkmal, wie gesagt, der Größe. Und dann haben wir verschiedene Daten. Also hier zum Beispiel so. So sieht das dann aus. Und so. Und dann haben wir hier noch ein paar andere Objekte. Also wir haben zwei Klassen von Objekten. Das schwarze hier ist jetzt die erste Klasse. Und das orangene ist die zweite Klasse. Machen wir das nicht ganz so krass. Sagen wir einfach mal so. Sieht das nicht schön aus? Wunderbar. Okay. Das heißt, hier können unsere ganzen Objekte drin liegen. Hier haben wir sozusagen die Verteilung von unseren Objekten der orangenen Klasse und hier der schwarzen Klasse. Wir sehen auch, dass wir deutlich mehr Objekte der schwarzen Klasse haben als der orangenen Klasse. Aber vor allem sehen wir, dass die schwarzen Objekte durchschnittlich kleiner sind als diese orangenen Objekte. Die sind halt deutlich größer. Können wir uns zum Beispiel wieder mal den Steuerknüppel vorstellen. Genau. Da haben wir dann ein paar Objekte, die sogar negativ sind. Und da liegen eben, also hier von, sagen wir mal, der Größe. Das hier ist 10. Und das hier ist 100. Zum Beispiel. Also hier ist 100. Das ist 10. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, also wir können anhand von diesem Schaubild ablesen, dass das hier die Verteilung von den schwarzen ist. Also die schwarzen im Durchschnitt 10, was auch immer groß sind, 10 Meter groß sind oder 10 Zentimeter. Wohingegen die orangenen im Durchschnitt 100 groß sind. Aber es gibt auch ein paar orangenen, die sind wahrscheinlich so Richtung 20 groß. Und es gibt ein paar schwarze, die sind so Richtung 100 groß. Das sind dann Outlier. Die sind dann einfach ein bisschen überdurchschnittlich groß oder überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich klein. Es gibt auch große und kleine Menschen, aber im Durchschnitt sind wir Menschen alle gleich groß. Denn so berechnet sich ja der Durchschnitt. Und die Normalverteilung, das hier ist eine Normalverteilung, die sagt uns, wo liegen denn die meisten Menschen. Die meisten Menschen werden so um die, keine Ahnung, 1,70 bis 1,80 rum sein. Und die Normalverteilung ist dann eben hier. Das heißt, hier wäre 1,70, aber es gibt auch ein paar Menschen, die sind 2,50 groß und es gibt ein paar Menschen, die sind halt nur 1 Meter groß oder sowas. Und es gibt Babys, die sind dann halt echt sehr, sehr klein. Okay, und das hier sind jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Riesen, ja. Die Riesen sind im Durchschnitt 10 Meter groß, aber es gibt auch ein paar Zwergriesen, die sind dann halt gerade mal 2,30 Meter oder sowas groß. Okay, ich glaube, ihr versteht, was ich sagen möchte. Wir haben also diese Wahrscheinlichkeiten und anhand von diesen Wahrscheinlichkeiten ordnen wir jetzt Klassen zu. Ja, dazu brauchen wir noch ein paar kleinere Grundlagen. Deswegen habe ich jetzt hier mal Intro hingeschrieben, weil wir das hier erstmal brauchten. Das hier nennt sich Normalverteilung. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen natürlich hier, ich mache das mal in einer anderen Farbe, in Giftgrün, ja. Hier wollen wir die Entscheidungsgrenze machen. Wir wollen ja möglichst wahrscheinlich uns, also für die maximale Wahrscheinlichkeit entscheiden. Das heißt, links, also kleiner als dieser grüne Fleck hier, würden wir uns am besten für die Klasse Schwarz entscheiden. Denn da haben wir mehr Objekte. Also es ist wahrscheinlicher, dass hier, wenn jetzt hier ein Objekt liegt, auch wenn es orange ist, es ist trotzdem wahrscheinlicher, dass es schwarz ist. Denn die Schwarzen sind hier einfach viel, viel mehr als die Orangenen. Wohingegen, wenn wir hier drüben sind, hier kann es auch mal einen schwarzen geben, aber die Orangenen, es sind einfach viel mehr Orangenen auf der Größe da. Okay? Gut. Und dazu, wie gesagt, brauchen wir ein paar Wahrscheinlichkeiten. Die möchte ich gerade noch mit euch anfangen. Und das war es dann eigentlich auch schon wieder für das Video. Ähm, genau. Wir haben mehrere verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeiten kürzen wir immer ab mit P. Kennt ihr mittlerweile schon, falls ihr die anderen Serien verfolgt habt. Und jetzt kann man hier Sachen sagen, wie es gelten gewisse Ereignisse. Also, Ereignis A wäre zum Beispiel, dass unser Objekt, das wir untersuchen wollen, zur Klasse orange gehört. Das wäre Ereignis A. Und Ereignis B wäre zum Beispiel, unser Objekt gehört zur Klasse schwarz. Es kann natürlich auch mal beides sein. Es kann sein, dass wir ein Riese sind und gleichzeitig sind wir ein Zwergriese. Dann sind wir halt ein Mensch oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, ist wahrscheinlich einfach Definitionssache. Manchmal geht natürlich auch beides. Ähm, ja, wo war ich? Äh, genau hier. Das ist das richtige Fenster. Okay, also sagen wir, beide Wahrscheinlichkeiten gelten. Naja, dann gilt folgendes, wenn ihr die Wahrscheinlichkeitsvideos von mir gesehen habt, dann ist es deutlich einfacher für euch. Ähm, also das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sowohl Ereignis A als auch Ereignis B gilt. Also zum Beispiel, das Objekt gehört zur orangen und zur schwarzen Kategorie. Das ist dann wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass A, also das Ereignis A gilt. Wenn Ereignis B gilt, und das ist einfach eine andere Schreibweise, ähm, mal die Wahrscheinlichkeit davon, dass Ereignis B eingetreten ist. Also im Prinzip die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es zur Gruppe B gehört, mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es zur Gruppe A gehört, wenn es schon zur Gruppe B gehört. Im Prinzip, wie gesagt, das hier ist einfach nur eine Umschreibweise, aber wir werden das noch später brauchen. Deswegen schreibe ich das jetzt gerade mal so hin. Und das ist natürlich auch alles dasselbe, wie wenn wir hier sagen, okay, es gehört schon zur Klasse A. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Klasse A gehört. Und es ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Klasse B gehört, wenn es schon zu A gehört. Das ist natürlich alles drei gleich. Okay. Dann das Zweite, was wir dringend brauchen, ist das Oder. Also es gehört zur Klasse A. Oder es gehört zur Klasse B. Entweder oder. Ne, nicht entweder oder. Sondern es reicht, wenn es zur Klasse A gehört. Es reicht auch, wenn es zur Klasse B gehört. Aber es kann auch zu beiden Klassen gehören. Das ist uns egal. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer von den beiden gehört, ist die Wahrscheinlichkeit davon, dass es zur Klasse A gehört. Plus die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Klasse B gehört. Achtung, jetzt sind wir noch nicht fertig. Sagen wir mal, 75% der Objekte gehören zur Klasse A. Und 75% der Objekte gehören zur Klasse B. Dann gibt es immer noch eine gewisse Überschneidung. Denn wir können nicht mehr als 100% der Objekte haben. Aber wenn wir beide zusammenaddieren, sind wir bei 150%. Es gibt also eine Überschneidung. Und zwar die Überschneidung, dass es zu beiden Klassen auf einmal gehört. Und die ist in beiden Wahrscheinlichkeiten drin. Deswegen ziehen wir die jetzt einmal davon ab. Also die Wahrscheinlichkeit P von A und B. Das heißt, wir haben hier aber nur einmal abgezogen. Das heißt, wir nehmen uns die Wahrscheinlichkeit von A, also 75%, plus die Wahrscheinlichkeit von B, also auch nochmal 75%, minus die Wahrscheinlichkeit, dass es zu beiden gehört. Also mindestens 50%, kann aber auch mehr sein als 50%. Wir sagen jetzt einfach mal hier 50% dazu. Dann sind wir hier bei 100%. Dann haben wir alle Objekte. Wenn das hier mehr als 50% sind, dann haben wir halt einen gewissen Teil, wo es weder zu Klasse A noch zu Klasse B gehört. Und dann sind wir nicht ganz bei 100%. Gut, ja, das war es wirklich auch schon für dieses Mal. Und nächstes Mal kümmern wir uns kurz um das Beiß-Theorem. Das brauchen wir hier nämlich ganz, ganz stark. Und ich möchte auch, dass die Serie für Leute zugänglich ist, die meine anderen Serien nicht geguckt haben. Ich würde es euch trotzdem empfehlen. Da gibt es einfach noch mehr Hintergrundinformationen. Und wir hören uns beim nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao.